Damit ich Ihnen die neue Werkzeuggruppe Direktbearbeitung von Inventor 2015 zeigen kann, öffnen Sie bitte aus Ihren Projektdaten die Dateiknoten.step. An der Dateiendung Step erkennen Sie, dass es sich hierbei um ein Importteil eines anderen CAD-Systems handelt. Das Abändern von solchen Importteilen, wo wir im Modellbrowser keine Bauteilbearbeitungsschritte finden, war in den älteren Inventor-Versionen manchmal recht mühsam. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie einfach das Ändern solch eines Bauteils nun mit dem Befehl Direktbearbeitung gehen kann. Im ersten Schritt möchte ich die Gesamtlänge des Bauteils verändern. Hier verwende ich die Option Verschieben und wähle die Fläche aus, anhand der das Bauteil verlängert werden soll. Nun klicke ich mit einem Linksklick auf den Pfeil und ziehe die neue Länge für dieses Bauteil. Ich möchte das Bauteil um genau 15 mm verlängern. Sie sehen, im Modellbrowser erhalten wir für die Direktbearbeitung an diesem Bauteil einen eigenen Eintrag. Als nächstes werden wir nun den Durchmesser dieser Bohrung ändern. Hier nehmen wir die Option Größe mit der weiteren Option Durchmesser und anschließend einfach auf die Fläche dieser Bohrung klicken und wieder am Pfeil ziehen, um die Bohrung zu vergrößern oder zu verkleinern. Diese Bohrung soll nun einen Durchmesser von 45 mm erhalten. Mit der Funktion Direktbearbeitung können wir sogar Bauteilflächen um eine Achse drehen. Wählen wir hier die Option Drehen und ich möchte nun diese Bauteilfläche und gleichzeitig diese Fläche um beispielsweise 10 Grad drehen. Und anhand der Voransicht erkennen Sie, dass auch solch eine Bearbeitung kein Problem darstellt. Sie sehen auch, dass die angrenzenden Flächen, also in diesem Falle die Verrundung, genau mitgezogen wird und dass es auch hier keine Probleme gibt. Nun möchte ich ein Objekt gänzlich löschen. Auf der anderen Seite dieses Bauteils haben wir vier Bohrungen und ich möchte diese Bohrung entfernen. Ich wähle hier die Option Löschen und klicke nun auf die Einzelflächen dieser Bohrung und bestätige meine Eingaben. Sie sehen, auch das funktioniert problemlos. Damit wir nun prüfen können, wie weit wir mit diesen Änderungs- oder Direktbearbeitungswerkzeugen gehen können, wähle ich nochmal die Option Verschieben und möchte nun die Seitenfläche von diesem Ansatz verschieben. Ich schiebe diese Seitenfläche nun nach innen und hier sehen Sie, wenn der Verschiebungswert zu weit geht, das heißt zum Beispiel können Radien nicht erhalten bleiben, bekommen wir hier das gelbe Rufzeichen. Das heißt, ich schiebe das Teil jetzt wieder etwas weiter nach links, wählen wir also beispielsweise den Wert minus 8 mm und auch diese Verschiebung kann nun erstellt werden. Und Sie sehen, die Radien und die Übergänge bleiben alle erhalten. Nun beenden wir die Direktbearbeitung für dieses Bauteil. Ein weiterer ganz wichtiger Hinweis ist die Parametrik für solche Direktbearbeitungen. Wenn wir auf die Registerkarte Verwalten wechseln und die Parameter für dieses Bauteil aufrufen, sehen Sie, dass auf unserem direkt bearbeiteten Importteil für unsere Bearbeitungen Parameter hinterlegt werden. Mit diesem Werkzeug Direktbearbeitung ist es also relativ einfach, Importteile auch noch abzuändern. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020